Was geht ab Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video und damit auch gleichzeitig einen wunderschönen Start in die neue Handelswoche. Wir haben ja schon im Wochenausblick darüber geredet, wer ihn noch nicht gesehen hat, hier könnt ihr euch gerne nochmal anschauen, darüber geredet, dass die Woche sehr wahrscheinlich sehr, sehr volatil wird. Und im Endeffekt kam gestern schon News raus, wegen FTX, was zusätzlich das Ganze nochmal befeuern könnte. Auch das schauen wir uns im heutigen Video an. Natürlich auch Bitcoin, Ethereum, Aave wurde sich gewünscht und Kusama schauen wir uns natürlich auch noch an. Aber bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, schreibt unten einen Kommentar mit euren Altköln-Wünschen rein, damit wir uns die im Laufe der Woche anschauen. Gut, und damit würde ich sagen, starten wir direkt durch. Momentan traden wir bei ungefähr 20.700 US-Dollar. Leichter Abverkauf bis in den Bereich der 20.570 US-Dollar heute Morgen gehabt. Ja, hierzu habe ich ja heute früh kurz dazu was gesagt in der Telegram-Gruppe, dass ich hier kein Long-Setup für die Gruppe gemacht habe, weil mir das Risiko einfach zu hoch war. Weil ich trade ungern in Abverkäufe rein, beziehungsweise warte erstmal bis hier ein bisschen Konsolidierung ist. Habe aber gleichzeitig dazu geschrieben, dass ich wahrscheinlich nochmal heute Abend neueres Long-Setup reinposten würde. Hat einfach den Hintergrund, die 20.400 bis ungefähr 20.200 US-Dollar. Einerseits wegen diesem WIC, den wir hier drüben gebildet haben, mit sehr, sehr viel Volumen. Also es wäre eigentlich unlogisch, wenn die Market Maker, also die großen Fische sich zum Laufe der Woche nicht holen sollten. Dann zusätzlich, wie gesagt, hier eben das Volumen und unser Abtrend, der hier auch noch verläuft. Gleichzeitig müssen wir natürlich diesen ganzen FTX-Fat, der da momentan noch im Umkreis ist, das schauen wir uns dann gegen Ende des Videos an, auf jeden Fall noch, auch noch mit einplanen. Außerdem, wie gesagt, CPI-Daten diese Woche, die Ausfallraten der Hypothekenzinsen kommen, Midterm-Wahlen sind morgen, also die Woche könnte sehr, sehr anstrengend für uns werden. Jetzt schauen wir mal ganz kurz auf den 4-Stunden-Chart. Da haben wir erstmal ein bisschen Support gefunden. Wie gesagt, an den 20.500 US-Dollar sieht momentan relativ stabil aus. Trotzdem kommt hier nicht wirklich dieser Kaufimpuls rein, den wir sehen wollen. Und RSI-mäßig haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Platz nach unten, bis zum 0.786er, beziehungsweise bis zu dieser magischen 20.200 US-Dollar-Marke und somit auch unseren Abtrend-Kanal, den wir hier schön vor ein paar Videos schon mal reingestellt haben, beziehungsweise der hier schön parallel verläuft. Also den behalten wir auf jeden Fall im Auge und das wird wahrscheinlich dann auch das nächste Long-Setup sein, weil ich momentan zumindest vermute, dass die CPI-Daten positiv ausfallen können. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir hier dramatischen Abverkauf sehen. Aber gut, es wird sich dann am Donnerstag, wie gesagt, zeigen. Aber momentan gehe ich erstmal davon aus, die Woche bin ich noch eher Long-gerichtet. Schauen wir einfach mal, was die nächsten Tage bringen. Aber das ist die Zone, die ich erstmal im Auge behalte. Bullflag habe ich immer dazu gesagt, trade ich nicht. Und ich habe gestern mir mal einen kurzen Spaß gemacht, habe dazu geschrieben, Breakout, Breakout, so wie im Endeffekt immer auf Twitter, dann sobald wir hier einen kleinen Wig sehen, haben wir sofort das Breakout. Also das war auf jeden Fall ein Reinfall. Wir hatten halt hier einfach im Endeffekt zu viel Ineffizienz, zu viel Pump hier in diesem Spiel noch, der jetzt im Endeffekt gefüllt wurde. Unser Short-Trade mittlerweile Take Profit 3 erreicht, also auch Glückwunsch an alle, die den mitgenommen haben. Den lasse ich, wie gesagt, als Hedge noch laufen. Ich habe ja gerade dazu gesagt, ich habe die BTC Long momentan offen. Ich empfehle euch auch allen, lasst diese Short-Position offen für den nächsten Long-Trade. Einfach, damit ihr den Hedge habt und deutlich, deutlich weniger Risiko habt, als wenn ihr jetzt im Endeffekt den Short-Trade jetzt schon zumacht. Also nur ein kleiner Ratschlag von mir, den bitte offen zu lassen. Und ansonsten kann ich mir trotzdem noch vorstellen, dass wir uns nochmal diese Hochs hier oben bei 21.500 bis maximal 21.800 holen. Ich habe es gestern schon dazu gesagt, wir haben hier oben eine Daily Supply Zone in diesem Bereich. Das ist diese ganze grüne Box. Außerdem sehr, sehr viel Volumen. Hier oben sieht man das noch bei ungefähr 22.800 max. Also diesen Bereich behalte ich auf jeden Fall noch für eine potenzielle Short-Order im Laufe der Woche im Auge. Aber wie gesagt, kurzfristig, 22, 23 ist der Bereich, der für uns interessant werden sollte. Danach möglicher Pump auf ungefähr 21.500 bis 800 momentan in Play. Okay, dann gehen wir rüber zu Ethereum. Ethereum momentan weiterhin meilenweit von unserem Abtrend entfernt, konsolidiert hier weiterhin auf hohem Niveau. Wir haben natürlich eine mega bearish divergence hier oben ausgebildet, indem wir hier drei höhere Hochs gebildet haben, aber der RSI deutlich, deutlich tiefer ist. Aber was wir auch dazu sagen müssen, was mich auch nochmal ein bisschen mit dieser BTC-Theorie im Endeffekt zuversichtlicher macht, dass wir nochmal ein höheres Hoch sehen, ist auch bei Ethereum, dass wir hier oben noch dieses Hoch bei ungefähr 1.680 US-Dollar haben. Da liegt sehr, sehr viel Liquidität oben. Die sollten wir uns gegebenenfalls noch holen. Dann habe ich ja gestern noch, das seht ihr dann im Endeffekt hier, Ethereum Long Position eröffnet. Habe ich das Setup auch in die beiden Gruppen, ich glaube in beide Gruppen gestellt. Also wer noch nicht in der Telegram-Gruppe ist, kommt gerne rein. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Hatten wir dieses Setup, 1.587 Entry, Stop-Loss 1.545. Jetzt gibt es aber zwei Dinger. Einerseits, ich bin ausgestoppt worden. Ich glaube alle anderen nicht in der Gruppe. Komischerweise, ich wurde ausgestoppt, keine Ahnung woran das lag. Muss aber auch dazu sagen, es war ein eigener Fehler von mir. Hat den Aspekt, wir hätten hier mindestens um das 0786er gehen sollen und diese Ineffizienz. Wir haben uns genau auf den Punkt die Ineffizienz geholt und die wurde gefischt, wovon ich natürlich immer abrate. Also das tut mir von meiner Seite aus echt leid. Dieses Setup war im Endeffekt für den Müll, was den Stop-Loss anbelangt, vom Risk her hätte es perfekt gepasst. Aber wie gesagt, manche sind noch drin, für manche könnte es noch ausgehen. Für mich, ich werde jetzt nicht mehr hinterher schreien, diesen Trade, auch wenn wir jetzt unter meinem Entry sind. Aber trotzdem, Luft haben wir bis 1.601 Dollar und 1.600 ist momentan auch der erste Take-Profit, den wir auf jeden Fall erst einmal anvisieren. Wie gesagt, Golden Pocket durchbrochen, bis 0786er hätten wir Luft. Und auch hier gehe ich weiterhin davon aus, dass wir uns die Hochs hier oben zumindest noch holen. 1.680 bis ungefähr, ich sage es mal hier hoch, die 1.698. Hat den Aspekt auch hier oben. Seht ihr eine ganz, ganz kleine Ineffizienz noch hier in diesem Bereich. Dann hat der Pump im Endeffekt, der Dump im Endeffekt begonnen. Also der Bereich hier um die 1.700 US-Dollar, den behalten wir im Auge auch für ein mögliches weiteres Short-Setup. Gut, dann, was haben wir noch? Es wurde sich gewünscht Kusama, da blicken wir auch mal ganz kurz auf den Tagesschart momentan. Das sieht eigentlich ganz gut aus weiterhin, aber wir gehen hier mal auf den, huch, ne, ich will den, den Lock-Chart. Einerseits ist nicht so schön, jetzt gehen wir aber mal auf den Auto-Chart. So, den wollte ich, den automatischen. So, sieht schon besser aus. Ja, auch hier perfektes Breakout, haben wir ja schon darüber gesprochen. Long-Position läuft, sieht momentan ganz gut aus. Wir haben hier im Endeffekt das alte Hoch hier sogar noch mal bestätigt im Laufe des heutigen Tages. Also auch hier Kusama momentan alles nach Play zumindest noch. Wünschenswert jetzt auf jeden Fall der Bereich um 40 US-Dollar noch mal anzutesten. Hier oben wird sich dann im Endeffekt entscheiden. Dafür noch mal ein ganz, ganz kleiner Blick auf die kleineren Timeframes hier, was sich lohnen könnte. Also hier oben wurde relativ viel Volumen noch mal gefischt, Short- und Long-Volumen. Also hier oben wäre dann momentan noch mal Take-Profit angesagt. Alle, die jetzt hier noch mal bei dem Retest rein sind, erster Take-Profit auf jeden Fall in die Region um 40, 11. Aber für den Retest hier sieht es momentan auch ganz gut aus. Klar, wir müssen jetzt auf jeden Fall die ganze Woche abwarten. Die Woche steht im Zeichen einerseits der CPI-Daten, Hypothekenzins und der Midterms. Da könnte eine ordentliche Volatilität kommen. Deswegen hier weiterhin mit Bedacht rein. Also jetzt nicht 100% in Kusama reinknallen oder sonstiges. Hier mit Bedacht, weil wir könnten auf jeden Fall noch mal diese Tiefs hier unten sehen bei ungefähr 31 US-Dollar. Also wie gesagt, ich werde die Position nach unten hin aufstocken. Aber momentan Take-Profit weiterhin die 40 US-Dollar-Marke erst einmal. Dann wurde sich noch Aave gewünscht vorhin. Auch hier ganz kurzer Blick mit dem Fibonacci Retracement Level. Schauen wir mal hier. Wir haben momentan die alte Range, die wir hier hatten, wo vorher Widerstand war, als Support getestet. Das 0,382 Fibonacci Retracement Level plus die Ineffizienz geschlossen. Und wir haben die 4 Stunden die Mahnzone getestet. Also hier momentan sehr, sehr starker Support, den wir hier vorfinden. Auch einigermaßen gute Reaktion. Wir gehen mal ganz kurz in den 1-Stunden-Chart, ob es hier ein bisschen besser aussieht. Bullische Divergence sieht auch gut aus. Also zumindest mal eine Trendwende hier in diesem Bereich. Der 90,5 könnte ich mir jetzt erstmal vorübergehend vorstellen. Auch mit Long-Position wäre ich noch ein bisschen vorsichtiger. Hier gehe ich weiterhin eher in diesem Bereich um 77 bis 76 US-Dollar. Beziehungsweise knapp darunter. Aber auch hier werde ich nochmal gegebenenfalls ein Setup dann in die Gruppe posten. Aber momentan könnte vorläufig im Boden erreicht sein. Mit einer Korrektur, beziehungsweise so einer Gegenbewegung. Schauen wir uns auch mal hier an. Maximal bis 92 US-Dollar. Also wer hier in der Long-Position drin ist, 92, 93 US-Dollar. Da sollte spätestens die Position zum größten Teil zu sein. Hat den Aspekt, wir haben hier das Golden Pocket. Und ihr wisst, Golden Pocket, meistens erster Rücksetzer, beziehungsweise größerer Rücksetzer, sollte das einfach nur eine kleine Relief-Rallye werden. Gut, dann kommen wir zum FAT der Woche. FAT der Woche am Sonntag bereits. Binance liquidiert seine 2,1 Milliarden US-DT-FTT-Positionen. Gestern übel in jeder Telegram-Rubbe, überall. Oh, was mache ich jetzt mit FTX? Ich bin bei FTX und so. Zeitweise gingen die Abhebungen nicht mehr bei FTX natürlich, weil jeder sein Kapital daraus ziehen wollte. Und im Endeffekt bewahrheitete sich das, wo, glaube ich, jeder YouTuber oder jeder Mensch immer warnt, lasst nicht zu viel Geld auf den Börsen, also nicht zu viele Coins, holt euch einen Ledger, holt euch eine Bitbox, passt da auf. Natürlich könnte das alles nur FAT sein. Also auf den Kurs, wir können uns mal ganz kurz den FTT-Kurs angucken, also den FTX eigenen Token, hat es einigermaßen Bewegung gehabt. Aber trotzdem nicht die Bewegung, die sich vielleicht manche erhofft haben, nachdem diese Binance-News rauskamen. Wir sind klar, wir sind hier im Endeffekt noch in einer riesigen Range. Wir haben aber im Endeffekt auch den Downtrend erst bestätigt. Das heißt, im Endeffekt könnte die ganze Sache auch nur ein Retest sein. Und ich würde hier nicht alles überstürzen, dass FTX jetzt hier am Ende ist, weil dafür bewahrheitet sich momentan noch zu wenig. Ich kann euch auch nur empfehlen, vorhin hat es jemand in der Gruppe gepostet, ein längerer Artikel vom BTC Moneymaker, der es wiederum von CryptoJay genommen hat. Was heißt genommen? Also im Endeffekt kopiert, aber mit der Einverständniserklärung ist jetzt nicht böse gemeint oder so. Aber das könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Hier, Update zu Almeda und FTX, wurde weitergeleitet. Guckt euch das gerne an, lest euch das in Ruhe durch. Bildet eure eigene Meinung, zieht aber im Endeffekt die größten Teile mal zur Sicherheit ab. Ist jetzt einfach mein Tipp, tut es auf einen Ledger, tut es auf eine Bitbox, egal was ihr habt. Tut euch den Gefallen selber. Immer nur das Nötigste, was ihr zum Beispiel zum Traden braucht, wirklich, sage ich mal, auf den Börsen lagern. Lest euch den Artikel gerne durch, beziehungsweise im Endeffekt das Ganze. Kann ich euch nur wünschen, beziehungsweise nur empfehlen, dass ihr euch das in Ruhe anguckt. Meine persönliche Meinung ist, momentan wirkt es für mich eher nach FUD. Aber gut, wer weiß, wie sich das in den nächsten Tagen noch bewahrheitet. Ich persönlich war noch nie bei FTX, das habe ich schon immer gesagt. Aber trotzdem für alle Leute da draußen, passt da ein wenig auf. Auch wer ein FTT-Token hat oder FTX-Coin halt im Endeffekt investiert hat, passt da ein bisschen auf. Momentan ist es für mich persönlich echt ein bisschen zu viel FUD, als dass es dann wirklich sich bewahrheitet. Aber das wird sich, wie gesagt, alles zeigen. Vielleicht auch nur eine schöne Marketingaktion für Binance, wer weiß das schon. Aber ich wollte euch einfach nur warnen, beziehungsweise, dass ihr hier ordentlich aufpasst. Gut, dann kommen wir zu den News, wie die Akzeptanz von Kryptowährungen weltweit steigt. Der Artikel ist bereits in der Gruppe drin, wird ja durch unseren Bot automatisch im Endeffekt erstellt. Könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Wie gesagt, in der Gruppe ist er zur Not. Schaut bei Krypto-Gero vorbei. Und das war es von meiner Seite. Ein bisschen längeres Video heute zumindest, beziehungsweise mit weniger Coins oder nur das Wichtigste im Endeffekt rausgesucht. Ansonsten lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal. Wer es noch nicht gemacht hat, würde ich mich riesig darüber freuen. Ansonsten hören wir uns dann morgen früh wieder zu einem ganz normalen Update-Video. Bis dahin, ciao, ciao und stay crypto.